hallo ihr lieben schön dass ihr wieder dabei seid ich widme mich heute mal dem thema haare meine haare gott bewahre also ein wunschtraum oder ein traum vieler frauen volles lebendiges glänzendes haar die glücklichen die das haben ich denke aber gerade wenn jetzt so ein hellerer typ ist also helle haare hat ist die haarstruktur doch sehr fein und jetzt fange ich schon wieder vom alter an aber es ist nun mal so dass sich auch im alter die haarstruktur verändert unsere haare entweder gehen sie aus sie werden dünner sie werden brüchiger sie werden strapaziert durch das haare waschen durch föhnen durch glätten durch das ganze styling durch die produkte durch falsche produkte wir probieren wahnsinnig viel aus weil wir natürlich unseren haaren etwas gutes tun wollen uns unserer und unserer kopfhaut aber eben oft das falsche machen und das auch wissen und weiterhin auf der suche sind und weiter probieren und irgendwie aber das gefühl ist also irgendwie ist da der wurm drin auch beim friseur was wir also ich möchte nicht wissen was ihr alles schon probiert habt und wie viel geld ihr schon versenkt habt mit falschen produkten also die für euch dann im endeffekt falsch waren also schönes heißt hier gegeben ja lass es leben das war doch mal so ein spruch ne gard gibt es überhaupt noch keine ahnung also ich möchte euch heute 1 2 3 4 5 produkte vorstellen von der firma la biostatique paris diese firma ist gegründet worden in den 50er jahren in paris und der name setzt sich zusammen aus bios und es und ästhetik also leben und schönheit ich finde jetzt nicht dass meine haare so als ich jetzt mich dass ich so ein vorzeigebeispiel für tolles haar obwohl man natürlich meine haare pflege und sie auch gar nicht mehr föhne seit jahren weil ich ihr nicht so viel diesen haaren nicht so viel hitze also unnötige wärme zuführen möchte und ich wurde aber gebeten von einer zuschauerin sorry ich weiß jetzt den namen nicht mehr genau die mich gebeten hat der mensch kannst du nicht mal was über deine haare machen also also was benutzt du für produkte wie oft wäschst du deine haare was nimmst du für masken für kuren et cetera et cetera et cetera also ich wasche meine haare je nach bedarf manchmal jeden tag manchmal alle drei tage ich habe also keine fertigen haare auch keinen fertigen ansatz man ist lediglich so ein bisschen verlegen vielleicht morgens oder ja wenn man in den regen gekommen ist dass die so bisschen aufgeplustert sind ich möchte beginnen also ich habe für mich die formale biostatik vor zwei jahren entdeckt und bin dazwischendurch mal untreu geworden und habe es bitterlich bereut und bin wieder reumütig zurückgekehrt weil diese produkte doch einiges kosten wie oft ich zum friseur gehe also ich schneide mir meine spitzen selber meine haare und ich schneide auch meine freundin den ansatz färbe ich mir selbst das habe ich mir auch angewöhnt angewöhnt vor zwei jahren die ansätze selber zu färben weil das ehrlich gesagt auch zu teuer ist und ich auch nicht über die zeit habe und die lust zum friseur zu gehen und dann nehme ich eine ganz simple stinknormale haarfarbe von schwarzkopf das ist so eine creme haarfarbe in dunkelblond und mache mit lediglich den ansatz weil die grauen herrchen gerade am scheitel es sind nicht viele aber immer am scheitel an den seiten hinten ist nichts aber wie gesagt hier oben und an den seiten das färbe ich mir nach und ab und zu gehe ich dann mal auch zum friseur um mir dann vielleicht mal wieder ein paar hellere strähnen so ein bisschen zur auffrischung machen zu lassen also beginnen wir jetzt mal beim ohrschleim gesundes haar kann natürlich nur nachwachsen wenn die balance der kopfhaut stimmt also wenn eure kopfhaut nicht zu trocken ist nicht zu fettig ist nicht schuppig ist ich habe für mich ein shampoo entdeckt von labiostetik shampooing lipo kirine b ich halte das mal in die kamera ich schreibe das auch alles noch mal in die infobox genau rein also milder kann man ein haar nicht waschen also das ist ein ganz mildes aufbauendes shampoo für feines für feines haar und ich habe auch andere shampoos schon von denen probiert aber ich bin jetzt bei dieser haarwäsche geblieben weil ich wirklich merke dass das meiner kopfhaut gut tut da ist so ein aktiv panthenol drin enthalten und das versorgt die kopfhaut sehr schön mit feuchtigkeit und auch dass die feuchtigkeit besser gebunden wird dass die kopfhaut nicht so schnell wieder austrocknet denn wenn die kopfhaut gesund ist dann ist das die beste voraussetzung für ein schön fallendes haar ohne dass es auch so statisch aufgeladen ist das ist nämlich auch oft gut hier sind übrigens auch silikone es sind silikone es ist keine naturkosmetik es ist eine hochwertige kosmetik also kosmetik haar kosmetik dieses labiostetik und die gibt es wie gesagt seit den 50er jahren und die forschen und machen und tun und die haben auch dekorative kosmetik also ich bin davon überzeugt ich will jetzt auch gar nicht wissen was da an chemikalien noch weiter drin ist wahrscheinlich sind wieder irgendwelche sachen drin die vielleicht doch nicht so gut und aber ich habe nicht das gefühl dass diese silikone die darin enthalten sein sollen wahrscheinlich ich habe das jetzt nicht das kann man echt kaum lesen es sieht da hinten so klein ist das geschrieben dass die jetzt meine kopfhaut so zu kleistern man sagt ja silikone kleistern die kopfhaut zu dann kann sie nicht atmen also meine kopfhaut kann wunderbar atmen und ich hatte totale probleme vorher mit der kopfhaut aber da gibt es noch ein anderes mittelchen speziell dass man seine kopfhaut wenn jetzt temporär da irgendwas los ist wenn ihr so schuppige stellen habt oder so wie man die kopfhaut also zusätzlich noch pflegen kann aber bei der haarwäsche geht es los obwohl man sagt man wäscht das wieder raus aber bei der haarwäsche beginnt die pflege eurer haare und eurer kopfhaut das ist wirklich nicht von der hand zu weisen ich habe auch gedacht naja haarwäsche es kann ja nicht so wild sein wichtig ist die pflege danach aber da kann man auch wiederum viel falsch machen man kann auch zu viel pflegen man ist ja da so ziemlich allein und die friseure erzählen dann auch alles mögliche und man muss sich da eigentlich selber schlau machen man kann sich schlau machen man kann sich meinungen anschauen von youtuberin zum beispiel man kann in der zeitung nachlesen man kann im internet nachlesen man kann selber seine erfahrungen machen und sucht für sich das beste raus man kann natürlich von den erfahrungen youtube zum beispiel anderer profitieren und kann das probieren hopp oder top wie gesagt ne also dieses shampoo ist für mich also ein anderes kommt nicht mehr in die tüte ich habe da mal so ein für koloriertes haar auch genommen das war nicht so gut dann sind die haare wieder so rum geflogen also ich brauche wirklich ein shampoo also wer feines haar hat wirklich feines und dünnes hat kann ich dieses shampoo sehr empfehlen übrigens mache ich das freiwillig ich habe kein deal mit la biostetik schön wäre es weil die produkte sehr teuer sind das kostet so um die 20 euro dann gibt es diese tollen visarome die sind in so einem glasfläschchen mit einer pipette versehen da kann man das produkt aufnehmen und dann kann man das sehr schön damit auf der kopfhaut direkt aufgeben ins trockener oder ins feuchte aber wenn die kopfhaut bisschen feucht ist wird es noch besser aufgenommen und hinterlässt also kein fettfilm diese visarome sind so aromakräuterkomplexe in diesem komplex hier den schreibe ich auch unten rein der ist dafür da um dieses dieses kopfhaut milieu wieder in balance zu bringen also wenn es aus dem gleichgewicht geraten ist dann haben wir kein fülliges haar das ist so frisch fühlt sich das nicht an es ist so trocken es spannend und hier drinnen enthalten sind rosmarin und lavendel und thymian es tut auch der sinne gut weil wir das ja auf unsere kopfhaut aufgeben und über das limbische system nehmen wir diese düfte einfach auf es ist nicht nur für die kopfhaut sondern auch für die für die seele es ist ich liebe dass es ist allerdings ziemlich teuer kostet so um die 30 euro glaube ich 29 90 glaube ich kostet das also es wird die durchblutung angeregt und wenn die durchblutung angeregt und ist logisch dass das haar bessere chancen hat zu wachsen oft ist es ja so mir ist aufgefallen als meine kopfhaut zu trocken weil da sind die also ist das haar nachgewachsen und sofort wieder abgebrochen weil weil wie auf der haut das ist einfach zu trocken es war keine nährstoffe da und durch viele pflegeprodukte bappen wir uns die kopfhaut wieder zu nicht nur silikon auch haarspillen was was so alles unsere kopfhaut austrocknet und dann kann natürlich kein gesundes haar nachwachsen das wächst also schon krank nach und ich kann nur ich mache das wie gesagt auch seit zwei jahren jetzt nicht immer regelmäßig war besonders oder auch wenn man jetzt so das gefühl hat man sieht so ein bisschen verlegen aus und möchte sich so ein bisschen oft beginnt das ja hier der stand das gibt doch einen schönen stand dieses diese visarome komplexe also auch wenn jetzt ihr das gefühl habt wenn ihr jetzt das gefühl habt dass die haare ausfallen ich weiß es nicht ob die nachwachsen aber ich habe das gefühl als ich begann dieses diese visarome zu benutzen dass ich ein ganz tolles hautgefühl auf dem kopf hatte und dass mein haar irgendwie das war das lag besser das sah seidiger aus das aber das wichtigste war das gefühl dass ich mir etwas gutes tue weil die pflege beginnt wie gesagt hier okay und endet hier in den spitzen da kommen wir dann auch noch gleich hin spliss ein absoluter albtraum egal wie lang die haare sind splissiges haar wenn sich das unten so aufspaltet ich habe hier ein silky spliss repair das kostet glaube ich so 26 euro hält ich habe das jetzt schon mein gott über ein jahr also wie gesagt spliss ein albtraum und hier ist also es sind so wert für wertvolle öle aus der inkanuss drin und die stabilisieren diese angegriffenen diese angegriffenen schuppenschicht unsere haare sofort und versiegelt es sind auch silikone drin enthalten also silikon pflegestoffe aber vitamin a und e umhüllen die ganzen längen mit so einem seitigen glanz das ist das ist nicht in öl aber das hat so eine leicht ölige ein bisschen klebrige konsistenz und am besten ist es man gibt das so ins feuchte haar oder man feuchtet sich die fingerspitzen an und da fliegen auch die haare nicht kann man wie gesagt auch jetzt den nächsten tag wenn man sich nicht jeden tag die haare wäscht ins angefeucht man feuchtet die haare entweder an oder man feuchtet die spitzen an so ein spitzen fluid gibt es ja nun auch von allen möglichen firmen aber wie gesagt ich soll ja mal meine produkte vorstellen die ich so benutze und mit denen ich eigentlich zufrieden bin und ich wie gesagt räumütig zurückgekehrt bin nachdem ich sich andere sachen probiert habe und wirklich ich habe glaubt mir ich habe alles mögliche probiert von ganz billig mittlere preisklasse auch high end aus vom friseur aber ich bin mit labios tätig so gut gefahren und ich kann das wirklich mit ganz reinem gewissen empfehlen ich mag den duft ich mag das eigentlich alles ich mag den duft und auch was sie was ist für eine wirkung hinterlässt und auch ich gehe auch nur zu einem friseur der mit labios tätig farben arbeitet das ist nämlich auch das tolle da habe ich nämlich auch noch was ganz tolles beim friseur gekauft das ist so ein glam color das kann man sich mitnehmen kostet auch so um die 30 euro hier in der farbe karamell das ist so ein zwischendurch auffrischen der haare für zu hause das hält was weiß ich nicht wie viel haarwäschung das hält also wenn die haare so ein grad so blond es gibt es in verschiedenen farben natürlich auch kakao mocha keine ahnung henna das ist jetzt karamell für blondes haar wenn blondes haar so ein bisschen so ein gelbstich hat und man nicht so 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 ein getreideblond haben möchte oder so ein weizenblond und ich mache das so das hält so drei bis fünf haarwäschung an und dann mache ich das wieder das heißt ich gebe das ins feuchte haar ich sage mal das ist ein glossing ziehe mir gummi also ziehe mir so handschuhe an so einweg handschuhe und massiert es ins feuchte haar die sagen eine viertel stunde man kann das aber auch ich lasse das immer eine halbe stunde bis stunde drauf und es ist gleichzeitig auch eine spülung es ist also pflege und farbe also so eine farbauffrischung glam collar sehr schön gibt es in verschiedenen farben man kann das alles ich verlinke euch den labiostetik shop man kann das alles online bestellen wenn ihr jetzt kein labiostetik friseur in der nähe habt und das schöne ist wenn man da sachen bestellt ich schicke noch immer proben von anderen produkten mit dass man andere sachen ausprobieren kann masken haarmasken oder conditioner oder auch was fürs gesicht also die sind da sehr großzügig also zumindest habe ich jetzt die erfahrung gemacht ich wechsle entweder bestelle ich mir was oder ich kaufe das beim friseur aber die haben auch nicht immer alles da weil es gibt sehr sehr viele produkte von labiostetik wirklich es gibt unglaublich viele produkte das kann ein friseur alles gar nicht da haben so und dann gibt es noch ein produkt das ist diese maske das ist eine tricoprotein tricoprotein maske für trockenes haar also für also eine feuchtigkeitsmaske für unser haar was eigentlich nur eine minute drin bleiben muss gibt ihr ins feuchte handtuch trockene haar und dann hat auch ein sehr angenehmen duft gebt ihr das ins feuchte also gebe ich das ins feuchte haar lass es einwirken und spül das danach gründlich wieder aus oft sind ja so masken auch so feuchtigkeitsmasken oder generell masken haarmasken dass das haar dann so zusammenfällt oder so weich wird so so viel zu weich wenn ein haar zu weich ist fliegt das ja auch also das ist ein volumenfeuchtigkeits booster eine volumenfeuchtigkeitspflege für sprödes haar also sprödes haar sage ich mal ich habe sprödes haar weil egal ob winter sommer frühling das haar entweder die heizungsluft oder die sonne draußen wir trinken zu wenig das viele stylen das föhnen etc was ich vorhin schon mal erwähnt habe alles trocknet aus und stresst und strapaziert das auch selbst jetzt so wenn das so auf der auf der auf den sachen liegt oder wenn wir unsere haare style mit gummi ist ja ganz schön mit diesen gummi bitte nehmt keine gummi mit einem metallverschluss also dann macht euch alles kaputt hier drin enthalten sind extrakte aus schwarzem hafer schwarzer hafer und wacholder vereinen sich zu einem wahren feuchtigkeits booster und dieses deswegen heißt es auch tricoprotein mein gott das ist ein schwieriges wort dieses tricoprotein sorgt dafür dass die feuchtigkeit im haar bleibt dass die nicht sofort wieder verschwindet sich auflöst verpufft verpufft verdampft das reicht wenn man das einmal die woche macht das muss man jetzt nicht jedes mal machen es sei denn die haare sind sehr strapaziert dann sollte man es um es aufzubauen das haar wieder vielleicht nach jeder haarwäsche benutzen ihr braucht da wirklich nur ich habe das jetzt auch schon im jahr ihr braucht da das ist so eine blaue so eine blaue ganz toll duftende ganz toll duftende konsistenz kostet um die 23 euro überlegt euch doch mal das ist zwar teuer aber diese produkte von la biostetik auch die haarwäsche sind so ergiebig selbst wenn da so ein haar so ein shampoo 20 euro kostet ihr reicht damit ewig man viele machen auch den fehler dass sie einfach zu viel shampoo benutzen und shampoos müssen auch nicht wie bekloppt so schäumen ihr müsst da nicht zu viel aufgeben das haar anfeuchten die haarwäsche auf die innenfläche und dann schön einmassieren und ihr müsst auch nicht die spitzen rubbeln das reicht beim abspülen die spitzen werden gereinigt wenn ihr einfach durch das abspülen des shampoos was ihr schön euch auf die kopfhaut einmassiert habt da werden die spitzen gereinigt weil viele ich habe das oft gesehen die rubbeln dann und reiben darum also das ist also das strapaziert alles gerubbel und gereibe egal ob jetzt haare oder haut ist nicht gut das macht die schutzschicht die schuppenschicht kaputt und wenn die kaputt ist dann ist das haar noch poröser und es splisst immer mehr und es bricht ab es fällt aus also das wissen darum dass im alter nichts besser wird das ist nun mal klar das ist klar wie kloßbrühe da kommen wir nicht drum rum und man kann lediglich so ein bisschen aufhalten oder so ein bisschen verbessern aber älter werden ist nichts für feiglinge wir müssen uns mit den gegebenheiten anfreunden wie man eben geboren wurde was man vergehen hat das liegt ja auch in dem gehen was man für eine haarstruktur hat was man für haare hat ob man lockige haare hat ob man glatte haare hat ob man feines haare hat ob man dickes hat und es ist glaube ich die qual der wahl der produkte ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor euch das zu zeigen weil ich meine haare jetzt nicht so doll finde dass ich denke mein gott ich stelle mich jetzt mal hin und zeige euch mal was ich tolles mit meinen haaren alles machen kann ich habe jedes mal kriege ich einen anfall wenn ich da was mache ich denn jetzt auch wenn ich mich vor die kamera setze aber ich glaube es ist keine frau so richtig zufrieden mit den haaren aber so ein bisschen dicker könnten sie schon sein was ich auch gerne gemacht habe jahrelang waren so extensions das fand ich auch ganz toll wann habe ich damit angefangen mit extensions ich habe damit angefangen da war ich in den 40ern ich fand das ganz toll das hat mir super gefallen aber da sind natürlich auch die haare die haben dann auch gelitten sie sind dann abgebrochen beim raus machen der bonding jetzt ist ja die ganze anwendungsweise mit extensions sie haben sich da viel weiter entwickelt da gibt es ja ganz tolle sachen die man nur rein klebt also rein klipsen ist auch nicht gut weil dann die stelle wo ihr das fest klipst diese bonding da bricht das über kurz oder lang ich hatte mal diese wie hießen die quickies von hairdreams das ist wie so eine klebestreifen doppelseitiger klebestreifen und dann klebt man das ins eigene haar und die kann man auch wieder verwenden das war das tolle dass man wenn das rausgewachsen ist zu weit unten hingen hat die friseurin das raus gemacht dann hat sie die klebestelle erneuert und hat man das neu wieder eingesetzt konnte man bis zu zwei jahre wenn man die haare gepflegt hat benutzen diese extensions das war schon klasse aber ich habe schon seit über einem jahr keine extensions mehr die sind die eben so ein bisschen naja ich schneide die regelmäßig aber egal auch wenn ich die so kurz habe ich hatte die ja letztes jahr so kurz auch die sind trotzdem so dünn so 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 fein es ist so feines haar und ich denke okay dann lasse ich sie lieber ein bisschen wachsen es sieht ein bisschen also ich finde mich dann ich fühle mich damit wohler wenn die haare so ein bisschen länger sind man kann auch ein bisschen mehr mitmachen ein zopf oder so ein dödel den ihr ja kennt den ich manchmal hier oben drauf habe ja ihr lieben in diesem sinne was soll ich weiter sagen zu den haaren ich habe jetzt mal meine produkte vorgestellt auf wunsch einer zuschauerin und schreibe sie wie gesagt in die infobox und wünsche euch alles liebe alles gute seid gut zu euren haaren strapaziert sie nicht so sehr die armen auch mit diesen färben das ist ja das doofe dass man viele frauen habe ich habe das auch gelesen ich habe auf dem kanal ein oder zwei ladies die lange gefärbt haben und sagen so ich habe da keinen bock mehr drauf ich lass das graue raus wachsen das finde ich total mutig finde ich klasse obwohl grau ist ja so ein bisschen auch trendy momentan so graue strähnen warum nicht also ich ehrlich gesagt ich bin da bin ich noch nicht so weit irgendwie nee ich finde das bei anderen toll wenn die dazu stehen und das machen aber ich selber ne ich glaube ich möchte noch keine grauen haare haben ich habe eine gute bekannte in berlin die hat graue haare die hat graue lange haare das sieht so affengeil aus das sieht hammer aus aber die hat auch die struktur die richtig dicke fette haare und da sieht das toll aus aber also cremt euch nicht wir müssen uns mit dem abfinden was wir haben und daraus versuchen das beste zu machen ihr süßen see you soon